Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um das große Thema, ist JPEG besser als RAW? Ist RAW besser als JPEG? Welches Dateiformat soll ich eigentlich nutzen, wenn ich fotografiere? Diese Frage beantworte ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ich wurde vor ein paar Tagen wieder gefragt, ob man nun in RAW unbedingt fotografieren muss oder ob nicht JPEG als Dateiformat in der Kamera ausreicht. Und diese Frage kriege ich sehr oft gestellt und ich sehe auch in diversen Foto-Communities, in Facebook-Gruppen und so weiter, kommt immer wieder diese Frage, gerade von Anfängern auf, muss man denn eigentlich unbedingt RAW fotografieren? Denn viele haben dazu gerade am Anfang keine Lust, denn man muss die Bilder zwangsweise durch einen RAW-Converter jagen. Das RAW-Format ist ja quasi das RAW-Format der Kamera. Das bedeutet, in diesem Format wird die Kamera nicht selber wirklich tätig. Bei einem JPEG ist es so, dass die Kamera diverse Bearbeitungsschritte selber vornimmt. Das heißt, sie fügt ein bisschen Schärfe hinzu, sie gibt ein bisschen Kontrast hinzu und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt ein bearbeitetes Foto, zwar automatisch bearbeitet, aber es ist ein bearbeitetes Foto, was die Kamera am Ende ausgibt. Bei dem RAW-Format ist es so, dass wirklich die Datei RAW, wie der Name schon sagt, aus der Kamera rauskommt und es zwingend notwendig ist, dieses Dateiformat dann durch einen RAW-Converter, also ein Programm, das diese RAW-Dateien bearbeiten kann, zu jagen und da dann gewisse Einstellungen noch vorzunehmen. Das heißt, ich muss den Schärfeprozess zum Beispiel selber vornehmen, ich muss mehr Kontrast hinzugeben, wenn ich das denn möchte. Aber das hat auch seine Vorteile, denn man hat hier die Möglichkeit, wirklich das selber zu beeinflussen. Die Kamera macht sowas automatisch, die ist kein Mensch, die kann nicht so gut denken wie ein Mensch. Das ist eine Maschine und die ist programmiert in irgendeiner Art und Weise und von daher sind solche automatischen Einstellungen oftmals gut. Die Entwicklung wird ja immer besser, aber trotzdem ist es immer noch so, dass man natürlich in letzter Instanz selber entscheiden sollte oder möchte, wie das Bild am Ende aussieht. JPEG ist ein Format, was eigentlich jede Maschine, jedes Handy, jeder Computer irgendwie lesen kann. Das heißt, im Internet kann es auch dargestellt werden von deinem Internetbrowser und das ist mit einem RAW-Format natürlich nicht so. Wie schon gesagt, dafür braucht man spezielle Programme, also einen RAW-Converter. Es gibt übrigens auch ganz viele verschiedene RAW-Formate, das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade eine Nikon-Kamera, das ist ein NEF-Format. Das ist eine RAW-Datei, aber mit dem bestimmten Dateiformat von Nikon NEF. Canon zum Beispiel hat CR2 oder Sony, die haben ARW als Dateiendung. Es gibt dann auch noch von Adobe ein entwickeltes DNG-Format, was so ein bisschen universeller ist, würde ich mal behaupten und das lässt sich dann auch auf vielen verschiedenen RAW-Convertern öffnen. Wenn man sich das jetzt bisher so anhört, was ich hier gesagt habe, dann denken sich wahrscheinlich die meisten ja, dann ist doch RAW eigentlich das Format, was man nutzen sollte. Es gibt aber auch ein paar Vorteile von dem JPEG-Format. Wie gesagt, die Kamera bearbeitet dieses Format selbstständig, das bedeutet, man muss eigentlich im Nachhinein nicht mehr wirklich viel machen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, wenn man jetzt über Dateigrößen spricht, dann ist eine JPEG-Datei wesentlich kleiner als eine RAW-Datei. Man kann so ungefähr sagen, dass eine RAW-Datei zwei- bis dreifach so groß ist in der Dateigröße wie eine JPEG-Datei. Von daher sollte man sich immer ganz genau überlegen, ob man den zusätzlichen Speicherplatz denn wirklich dann da zur Verfügung stellen möchte. Aber gerade wenn wir über die Dateigröße reden, dann müssen wir natürlich auch über die Komprimierung sprechen. Und da sieht es bei JPEG natürlich so aus, dass es sehr stark komprimiert ist und von daher diese Datei auch wesentlich weniger Tonwerte zur Verfügung hat. Wenn man jetzt von einem 8-Bit-JPEG ausgeht, dann hat diese Datei maximal 256 Tonwerte. Im Vergleich dazu hat eine RAW-Datei 16.384 Tonwerte, wenn es eine 14-Bit-Raw-Datei ist. Und da kannst du schon den Unterschied sehen, dass man dort wesentlich präziser arbeiten kann. Und bei einer Komprimierung im JPEG-Format, zum Beispiel wenn man jetzt einen blauen Himmel hat, also eine große Farbfläche, dann werden da viele Tonwerte zusammengeschoben und quasi zusammen komprimiert. Und dann hat man auch leicht Tonwertabrisse in seinem Foto drin. Das sollte man immer vermeiden. Normalerweise kann man jetzt aber den Unterschied nicht sehen mit bloßem Auge zwischen 256 Tonwerten und 16.384 Tonwerten. Das wird erst dann deutlich, wenn man in die Bildbearbeitung geht und dann wirklich die Pixel mal so ein bisschen in der Helligkeit verändert, in der Farbigkeit verändert. Dann wird es relativ schnell ersichtlich. Jetzt habe ich die ganze Zeit davon gesprochen, dass man RAW-Dateien bearbeitet und die JPEG-Dateien ja eigentlich schon von der Kamera bearbeitet werden. Aber ganz ist es ja nun auch nicht so. Es gibt ja auch viele Fotografen, die JPEG fotografieren und dann ihre Bilder trotzdem noch bearbeiten. Es gibt dort aber einen wesentlichen Unterschied oder mehrere wesentliche Unterschiede. Man kann mit einer RAW-Datei wirklich deutlich mehr aus seinen Bildern herausholen als mit einer JPEG-Datei. Eine JPEG-Datei ist in gewissen Zügen dann schon sehr limitiert, was die Bildbearbeitung angeht. Und man sieht es dann hin und wieder bei extremeren Stellen, also bei extremeren Helligkeitsunterschieden, sieht man das relativ stark. Wie gesagt, Tonwertabrisse können auftreten. Und ein weiterer großer Vorteil einer RAW-Datei ist auch, dass man im Nachhinein noch den Weißabgleich einstellen kann. Das kann man bei einer JPEG-Datei nicht. Da kann man zwar auch diesen Regler hin und her schieben, aber man hat bei weitem nicht die gleiche Qualität wie bei einer RAW-Datei. Und das möchte ich dir jetzt einfach mal ganz kurz hier live zeigen, anhand von zwei Beispielen. Ich habe hier zwei Bilder reingeladen, jeweils in einem JPEG-Format. Das ist jetzt hier das JPEG. Siehst du auch hier unten immer an dieser Bezeichnung hier. Hier steht der Name. Das ist jetzt die JPEG-Datei und das ist die dazugehörige RAW-Datei. Erstmal sehen die komplett gleich aus. Was passiert jetzt aber, wenn ich jetzt mal so eine richtig extreme Bearbeitung mache? Vielleicht erinnerst du dich, vor ein paar Videos habe ich mal ein Fehler-Video gemacht, was man in Lightroom auf keinen Fall machen sollte. Da habe ich gesagt, die Tiefen auf plus 100 und die Lichter auf minus 100. Genau das mache ich jetzt einfach mal, nur um es dir zu verdeutlichen. Ich werde jetzt einfach mal die Tiefen hier wirklich auf plus 100 stellen und die Lichter auf minus 100. Und jetzt achte mal wirklich hier auf diese Sonne. Ich werde jetzt diese Einstellung auch genau mal hier bei der JPEG-Datei genauso machen. Also Tiefen auf plus 100 und Lichter auf minus 100. Und jetzt sieht man erstmal so auf den ersten Blick nicht viel. Aber wenn ich jetzt mal zwischen der RAW-Datei und der JPEG-Datei hin und her wechsle. Das ist jetzt die JPEG-Datei und jetzt achte mal hier wirklich genau auf diese Sonne und diesen Sonnenuntergang, diese Reflektion noch im Wasser. Das ist jetzt die RAW-Datei. Und da siehst du schon, dass wir von den Farben her ganz anders sind. Und das weiß bei dieser JPEG-Datei auch ganz anders aussieht. Eher so ein bisschen gräulich. Also da haben wir wesentlich weniger Informationen in dieser Datei drin, die wir da noch bearbeiten können. Das sieht man hier schon relativ deutlich, dass man da mit einer RAW-Datei halt wesentlich mehr Spielraum hat. Genauso kann ich jetzt hier in der RAW-Datei, du siehst es hier auch schon, den Weißabgleich einstellen. Der steht jetzt hier aktuell bei 6950 Kelvin. Die kann ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter nach oben drehen. Ja, sieht jetzt nicht sonderlich schön aus. Aber wenn ich jetzt mal auf die JPEG-Datei gehe, dann siehst du hier, dass das Ganze bei 0 steht. Das heißt, hier kann man keinen Weißabgleich einstellen. Ich kann jetzt auch hier nicht oben reingehen in diese Presets. Und wie normalerweise in einer RAW-Datei, ich zeige das jetzt hier nochmal in der RAW-Datei, hier kann ich reingehen und Tageslicht bewölkt, Schatten und so weiter auswählen. Das alles kann ich jetzt hier in dieser JPEG-Datei nicht mehr tun. Ich kann jetzt hier noch den Regler so ein bisschen hin und her schieben. Aber das wird niemals genauso aussehen wie in der RAW-Datei. Achte jetzt hier einfach mal auf den Himmel. Der sieht schon ziemlich anders aus als hier. Ich habe den Regler ungefähr gleich weit geschoben. Aber der Himmel sieht halt hier wesentlich anders aus als in der JPEG-Datei. Da wird einfach das ganze Bild jetzt wärmer. Und hier ist es schon so, dass einzelne Bildinformationen noch wesentlich besser optimiert werden von der Helligkeit und von der Wärme. Genauso gut kann ich jetzt mal hier mal auf das zweite Bild klicken. Noch ein Beispiel. Hier ist es jetzt mal so, dass wir relativ krasse Schatten in dem Bild haben. Und ich probiere die jetzt einfach mal aufzuhellen. Auch wieder mit Tiefen auf plus 100. Und vielleicht drehe ich die Belichtung einfach mal noch ein Stück weiter nach oben. Auf ungefähr anderthalb Blendenstufen. Mit gerückter Shift-Taste klicke ich jetzt hier einfach mal auf die RAW-Datei und synchronisiere das Ganze einfach mal rüber. Klicke jetzt hier einfach mal auf Synchronisieren, dass beide Bearbeitungseinstellungen hier drin sind. Und jetzt auf den ersten Blick wirst du wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied sehen. Wenn wir jetzt aber mal hier in diese Stellen reingehen, wo jetzt hier tatsächlich viel Schatten waren, dann wird man jetzt einen deutlichen Qualitätsunterschied sehen. Nämlich in den Bereichen, wo viel Schatten war, wird die JPEG-Datei jetzt wesentlich mehr rauschen als die RAW-Datei. Ja, das ist jetzt hier die RAW-Datei. Die sieht sehr, sehr gut aus. Und wenn ich jetzt mir das gleiche hier mal in der JPEG-Datei angucke, dann wirst du jetzt hier feststellen, da ist deutlich mehr Bildrauschen zu sehen. Und das kann man jetzt einfach mit einer RAW-Datei wesentlich besser rausholen, weil da noch wesentlich mehr Informationen da sind, die man aus diesen Schatten herauskitzeln kann. Also was ist jetzt das Ergebnis dieser Diskussion, die wir da auch geführt haben? Im Endeffekt musst du es selber entscheiden. Ich kann dir jetzt den Tipp geben, wenn du sehr viele Fotos machst, wenn du zum Beispiel Serienbildaufnahmen machst, Sportaufnahmen, wenn du, ja vielleicht sogar, wenn du Hochzeiten fotografierst, wobei da würde ich dir noch von abraten, also wenn du viele Bilder hintereinander machst und die nicht alle bearbeiten möchtest, dann ist JPEG wahrscheinlich die bessere Wahl für dich. Wenn du jetzt jemand bist, der Landschaften fotografiert oder generell viel mit seinen Bildern bearbeitet noch, dann würde ich dir auf jeden Fall zum RAW-Format raten, denn du hast hier einfach wesentlich mehr Möglichkeiten, da noch was aus deinen Bildern rauszuholen. Also, schau dir das ganze Thema einfach mal in Ruhe an, vergleiche einfach mal JPEG und RAW und dann entscheide selber, was du machen möchtest. Ich für meinen Teil werde immer in RAW fotografieren, weil ich da einfach im Nachhinein wesentlich mehr Möglichkeiten habe. Aber es gibt, wie gesagt, auch Leute, die darauf schwören, dass JPEG das bessere Dateiformat ist. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Klick auf jeden Fall auf Gefällt mir, wenn dir das Video wirklich auch gefallen hat. Du kannst auch gerne unten in den Kommentaren diskutieren mit den anderen aus der Community, mit was du fotografierst, mit RAW oder mit JPEG und was da die Vorteile sind, welche Vorteile und Nachteile du siehst. Vielleicht habe ich ja auch noch was vergessen in diesem Video, dann schreib es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!